Thomas, tschau mal. Aber ich will mehr als einen haben, weißt du schon. Ich habe leider nur einen. Scheiße. Kann ich auch nur eine Pilzsippe machen? Und dann muss hier irgendwo noch einer sein, das weiß ich ganz genau. Ah, Fleisch, von dem ich nicht so einzeln. Das ist geil. Kakaobusen. Kakaobusen. Kompost. Musst du alles durchstöbern bei mir? Jo. Das mache ich gerne, weißt du. So, wie machen wir noch mal eine Schüssel? Wie ein Bucket, oder? Genau. Ja, wahrscheinlich. Dann muss ich den einen Pilz und den anderen Pilz. Genau, eine schöne Pilzzuppe. Was noch mal anderen Pilz? Gehen wir mal essen fahren, okay? Gehen wir mal wirklich essen fahren. Aber wir haben irgendwie so wenigen müssen uns irgendwie so... Genau, weißt du was wir brauchen? Eine Tierfarm. Was? Ich brauche jetzt grad mehr FPS, weil es mir grad voll laggt. Warte mal. Okay, jetzt geht's wieder. Weißt du was wir jetzt machen? Wir ähm... Ich tue überall grad Fackeln platzieren. Wir tun jetzt erstmal ein bisschen Farben, du weißt schon. Wett und so. Und wenn wir das noch alles haben, dann ähm... Dann gehen wir zu den Dings an. Ähm, so... So, du weißt schon. So... Dann kommen wir Kühe züchten und so. Als Chicken hab ich hier noch gar keine gesehen. Irgendwie ist das so... Geil. Das ist irgendwie so eine kleine Insel, wo wir halt drauf sind. Wir sind schon mal in den Adern. Verreiß mal. Hey. erhältnisse 1 es ist gesehen wenn ich nicht kurz zu mir auch gerade aus weiter ich bin eine ballerina hochliegen ich glaube irgendwie dass ich in die falsche Richtung gelaufen was durch ihn gegangen habe eine kugel gehört oder drei fleischgleichen hier hier ist so geil hier wechselt sich nämlich der wald ein bisschen ab ok ich glaube da warst du schon mal wo ich jetzt gerade bin weil es so ein fettes loch was einfach so also kein fettes loch sondern eher so ein schacht was runter geht warte mal kurz jetzt ist natürlich wieder die fps zahl total hoch ich finde das so unlogisch wahrscheinlich ist es weil ich in dem gebiet zu oft bin ich gehe wieder zur insel zurück aber die mobs die also also nicht von mobs her sondern von monster her irgendwie habe ich das gefühl dass der winter kommt hey zu uns kommt war der winter rüber weil vorher war noch so eine kleine schnee so eine kleine eislächer und jetzt hat sich schon viel weiter ausgebreitet hat er vielleicht siehst du mich ja die landschaft gebraucht bekommen haben bekommen haben bekommen haben komm folg mir einfach dann siehst du sie okay jetzt habe ich die screenshot gemacht Ah, okay. Jetzt ist es wahrscheinlich gerade Winter hier. Okay, ich gehe wieder zurück. Ja, ich auch. Schnee ist immer schlecht. Vor allem bei Schneesturm, weil ich da kann es dann gar nicht mehr bauen. Wenn du dann so einen Block wegmachen willst, dann musst du zuerst... Ah, wir sind irgendwie auf so einer kleinen oder mittelgroßen Insel gespawnt. Oder zumindest ich. Und du bist halt dann dazugekommen. Das ist cool, finde ich. Wann machen wir eigentlich einen Weltenwechsel? Du weißt schon, weil die großen Lesbäder tun doch auch irgendwann mal ihre Welt kaputt machen. Dann machen sie eine neue Welt. Keine Ahnung, irgendwie will ich die Welt... Nach 100 oder 200 Folgen oder so. Ich glaube schon, dass wir bald 50 zusammen haben. Ja, ich glaube auch. Das geht eigentlich recht schnell immer. Man denkt so eine halbe Stunde und dann... Dann hatten wir schon zwei Folgen. Und so eine halbe Stunde ist eigentlich recht schnell vorbei. Beim letzten Lane, sag ich jetzt mal so. Oh, ich habe noch wenige Pfeile. Die Pilze tue ich mal da rein. Und das Bowneel auch. Ich habe zwar überhaupt gar keine Ordnung in meinen Kisten, aber... Ich habe schon Ordnung in meinen Kisten. Habe ich noch einen Mockzock? Nein, 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 nein. Den habe ich jetzt auch nicht. Das wird wieder Nacht. Geben wir denen die... In diese eine fette Pfeile, ja. Einfach nur so. Nimm dir einfach eine Eisenspitze, und so mit und ein Schwert und dann gehen wir einfach da rein. Ja, können wir gleich machen. Wenn ich wieder... ...eins sortiert habe. Das Fackeln habe ich. Dort habe ich. Ja, ich habe eigentlich alles. Dann lege ich das noch mal ab und... ...das auch nochmal. Was mache ich? Ich... So, meine Steaks sind fertig. Nehme ich auch gleich mit. Die Hau kann ich eigentlich da lassen. Oder Feldhacke. So, meine Steaks sind fertig. Dann nehme ich noch den mit. Ich sehe dich. Nicht. Aber ich sehe deinen Namen. Da rein. Holz. Ich nehme wieder ein Steak. Du kommst einfach nicht rein. Oder du gehst immer wieder raus und rein. Ja, okay. Geh mal zu dieser einfetten Hülle. Okay, ich müsste mich halt wieder mal Fackeln machen. Okay, ich habe mal ein Steak Fackeln mitgenommen. Wo bist du? Bist du schon bei der Hülle? Schau mal, wie ich mir jetzt das Fleisch reinziehe. Musst mal gucken. Stimmt, ich habe gar nichts zum Essen dabei. Nee, ich habe drei Beef da. Kannst du schon was nehmen. Bist du jetzt schon wieder ran? Ich bin hinter dir. Oh. Weil mein Schwert ist gleich Schrott. Aber ich habe hier noch ein Steinschwert. Das ist egal. Ach, scheiße. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Okay, hoffentlich kann ich diese zufrieden, dass es passt. Wahrscheinlich werde ich wieder total fehlen. So, geschafft. Ich habe es auch geschafft. Du siehst du noch lauter schwarze Stellen und so. Geh mal, geh mal mal eine ganz andere Richtung. Okay, ich bin da hinten. Da ist nicht ganz, ja. Daraus können wir ja mal einen Spawner machen. Wir können ja so einen Monster fallen zu einem bauen. Okay, geh mal weiter. Geh mal da hin. Da runter. Ah, da war ich glaube ich schon drin, oder? Ja, da war ich schon. Doch, da. No, da ist Eisen. Da ist ein anderer Eingang für die Riesenhöhle. Da ist überall Eisen, also ich baue mich mal schnell. Du nimmst das weitere Eisen, ich baue mich mal schnell. Nein, der Barg heiße ich da voll rüber. Ach, ich habe natürlich kein Dirt mitgenommen. Und keine Schaufeln auch nicht. Ich kann den Stack geben, okay? Ja, das war nett. Wo bist du? Wir haben mich da abgeschossen. Da, da, ich bin hinter dir. Ja, ja, ja. Okay, warte mal. Hier, ein Stack Dirt. Einen knappen Stack. Danke. Oh, hier ist ganz schön viel Eisen, muss ich schon sagen. Boah, als hättest du mich fast runtergeschubst. Oh, sorry. Hier ist lauter Kravitz, könnte ich auch mal eins sagen. Okay, 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 okay. Warum muss die Musik ja zu laut werden? Da geht's jetzt nicht weiter. Wo wirst du? Ich bin da, zu. Das, was da an den anderen Zeiten ist, aber. Sollten wir uns mal eine große Hölle finden. So, also, die haben wir ja jetzt schon erkundet. Ne, da oben geht's eigentlich weiter. Ja, ich glaube, wir haben die eigentlich noch lange nicht erkundet. Creeper! Nein! Oh, deine Schwester. Du Armer. Oh, ich kann endlich mal ihre Fresse haben. Stirb, du Creeper! Ah, Melina, halt's Maul! Ah, Melina, halt's Maul! Okay, bin wieder da. Hey, äh, wie spät... Hey, geht grad voll Kampf ab, komm mal schnell zu mir. Wie spät ist es? Weiß ich gar nicht. Äh, 20.19. Komm mal zu mir, wo bist du? Okay, ich muss jetzt dann gleich aufhören. Ich muss jetzt dann wieder aufhören mit der Aufnahme. Ja, okay. Warte mal, Finn, gehen wir zurück zum, zum Höhleneingang oder so. Shit. Ist gestorben. Nein, fast. Okay, ich geh jetzt nur noch in mein Haus hoch und dann beende ich die Aufnahme. Scheiß, jetzt ist Steam abgekackt. Okay, also, ciao.